Jay Sheridan Le Fanu ist ein ganz berühmter irischer Autor, der eigentlich aus Frankreich kommt, aber seine Eltern sind sehr früh nach Irland gegangen. Und die ganze Familie, außer jetzt der Vater, der nicht so ganz begeistert vom Schreiben war, hat geschrieben oder war so im künstlerischen Bereich unterwegs, im literarischen Bereich. Und er selbst ist ein ganz produktiver Autor mit sehr vielen Novellen, Kurzgeschichten und, sagen wir mal, einem kleinen Roman, der hier auch drin ist. Und in dieser Reihe fester Weird Fiction, die noch relativ neu ist, also noch eine ganz junge Reihe, ist er zum ersten Mal in der deutschen Erstausgabe erschienen, wo ganz viele Kurzgeschichten von ihm drin sind. Und ich persönlich glaube, dass der Fester Verlag ein besonderes viel Herzblut in dieser Reihe steckt. Das sieht man vor allem an der Covergestaltung und das sieht man auch daran, wie das Buch drin gestaltet ist. Wer Fester schon ein bisschen länger verfolgt, wird den Stil erkennen von dem Künstler hier drin nochmal. Es sind ganz viele, ganz viele tolle Erzählungen da drin, noch ein bisschen was zum Autor, zu den Werken hinten, ein ganz tolles Nachwort. Also wir bekommen nicht einfach nur die Texte vorgeliefen, sondern so wie es ganz oft bei Fester ist, wenn es irgendwelche speziellen Bücher sind, bekommen wir auch noch ein Nachwort, wo dann noch so ein bisschen sich mit der Literatur auseinandergesetzt wird. Und das finde ich immer auch ganz interessant. Ja, Horrorfans werden Le Fanu vor allem deswegen kennen, wegen einer Erzählung Carmilla. Carmilla ist die Vampirgeschichte, die jeder Horrorfan einmal gelesen haben sollte und die auch hier drin ist. Und Carmilla hat sogar diese ganzen Vampir-Mythos und Fan-Kult, sage ich jetzt mal, mehr geprägt als Dracula. Also Dracula ist natürlich Mainstreamiger, aber Carmilla ist eine Geschichte, die ist noch so viel mehr als eine Vampirgeschichte. Es geht auch um weibliche Erotik, es geht um eine lesbische Beziehung und das ist ganz oft auch verfilmt worden und wirklich Kult. Also das müsst ihr wirklich mal gelesen haben in eurem Leben. Das ist hier drin. Und ansonsten sind da noch so einige andere Geschichten drin. Es geht ja um Geistergeschichten und um einen Mann, der so diese Geistergeschichten sammelt. Der heißt Martin Heselius, ist eigentlich ein Deutscher und der erzählt so, dass er, was er so gehört hat und wir bekommen es von Martin Heselius erzählt. Und ich habe mir heute eine ganz tolle Geschichte ausgesucht. Und leider sind die ein bisschen zu lang, sodass ich sie nicht komplett lesen kann. Aber ich habe mir gedacht, ich werde euch einen kleinen Auszug daraus vorlesen. Es geht darum, dass ein Mann, der sonst lang auf hoher See war und auch schon ein bisschen älter ist, sich mit einer Frau verlobt. Und dann, nach der Verlobung, fangen die Dinge an, seltsam zu werden. Und deswegen lehnt euch zurück. Ich lese euch einen kleinen Ausschnitt vor. Und wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann holt euch sehr gerne das Buch. Es lohnt sich. Zu jener Zeit war ich ein junger Mann und mit einigen Akteuren in dieser seltsamen Geschichte wohl bekannt. Daher hinterließen die Ereignisse bei mir einen tiefen und dauerhaften Eindruck. Ich werde nun versuchen, sie allesamt mit größter Genauigkeit zu schildern. Wobei ich in meinem Bericht natürlich alles miteinander verbinde, was ich aus den verschiedenen Quellen erfahren habe. Auf diese, wenn auch unvollkommene Weise, hoffe ich, die Dunkelheit erhellen zu können. Die den Verlauf und das Ende der Ereignisse umgibt. Um das Jahr 1794 kehrte der jüngere Bruder eines gewissen Baronets, den ich Sir James Barton nennen will, nach Dublin zurück. Er hatte mit einigen Auszeichnungen in der Marine gedient und im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg mehrere Jahre eine Fregatte seiner Majestät kommandiert. Captain Barton war ungefähr 42 oder 43 Jahre alt. Er konnte ein kluger und angenehmer Gefährte sein, aber für gewöhnlich war er reserviert und manchmal sogar launisch. Doch in Gesellschaft zeigte er sich stets als Gentleman und von Welt. Er hatte sich nicht jene lärmende Schroffheit angewöhnt, wie man sie gelegentlich auf sie erwirbt. Im Gegenteil, seine Manieren waren bemerkenswert sanft, still und sogar geschliffen. Er war vermittlerer Größe und ein wenig untersetzt, sein Gesicht von Runzeln der Nachdenklichkeit gekennzeichnet und insgesamt vermittelte er einen ernsten und melancholischen Eindruck. Aber da er, wie ich schon sagte, ein Mann mit perfekten Umgangsformen war, aus guter Familie stammte und überdies als Wohlhaben bezeichnet werden konnte, hatte er natürlich Zugang zur besten Gesellschaft Dublins, ohne dass er dafür eine weitere Empfehlung benötigt hätte. In persönlichen Dingen war Mr. Barton bescheiden. Er wohnte in einer der damals als schick geltenden Straßen südlich des Flusses. Er hielt nur ein Pferd und einen Diener, und obwohl er ein bekannter Freidenker war, führte er ein geordnetes und moralisches Leben, und er gab sich weder dem Spiel noch dem Trunk noch anderen schlimmen Zeitvertreiben. Er lebte sehr zurückgezogen, schloss keine engen Freundschaften und erschien bei Geselligkeiten nur um des Trubels und der Ablenkung willen, nicht aber um dort Gedanken oder Gefühle auszutauschen. Daher wurde Barton als sparsamer, besonnener, ungeselliger Knabe angesehen, der seine Ehelosigkeit gegen jede List und jeden Angriff verteidigte und vermutlich ein hohes Alter erreichen, vermögend sterben und sein Geld einem Hospital hinterlassen würde. Doch bald wurde deutlich, dass man Mr. Bartons Art und seine Pläne völlig falsch eingeschätzt hatte. Eine junge Dame, die ich Miss Montagu nennen möchte, wurde zu jener Zeit von ihrer verwitweten Tante, Lady L., in die Gesellschaft eingeführt. Miss Montagu war außerordentlich hübsch und gebildet, und da sie eine gewisse natürliche Klugheit sowie ein ausnehmend fröhliches Wesen besaß, wurde sie für eine Weile zum Stadtgespräch. Doch ihre Beliebtheit brach ihr zunächst nichts anderes ein, als jene flüchtige Bewunderung, die zwar der Eitelkeit schmeichelt, aber keineswegs eine notwendige Vorstufe zur Ehe ist. Denn zum Nachteil der betreffenden jungen Dame war allgemein bekannt, dass sie jenseits ihrer persönlichen Reize keinerlei irdische Güter besaß. Angesichts dieser Sachlage wird man die allgemeine Überraschung verstehen, als Captain Barton, der mittellosen Miss Montagu, den Hof machte. Seine Werbung hatte Erfolg, wie unter den gegebenen Umständen zu erwarten war. Und schon nach kurzer Zeit teilte die alte Lady L., jeder ihrer 150 besonders vertrauten Freundinnen mit, dass Captain Barton mit ihrem Einverständnis tatsächlich ihrer Nichte, Miss Montagu, die Ehe eingetragen hatte, die wiederum sein Angebot für den Fall angenommen hatte, dass auch ihr Vater zustimmte, der sich damals auf der Heimreise von Indien befand und dessen Rückkehr in zwei oder spätestens drei Wochen erwartet wurde. An dieser Zustimmung konnte es keinen Zweifel geben. Die Verzögerung war deshalb eine bloße Formsache. Und so wurden die beiden bereits als Verlobte betrachtet. Und Lady L. hieß Miss Montagu mit einer altmodischen, strengen Schicklichkeit, auf die ihre Nichte zweifellos gern verzichtet hätte, von nun an von allen Lustbarkeiten in der Stadt fern. Captain Barton war ein häufiger Gast im Hause, und ihm wurden all die Vertraulichkeiten gestattet, die einem Verlobten für gewöhnlich zukommen. So standen also die Beteiligten zueinander, als sie rätselhaften Geschehnisse einsetzten, die diesen Bericht überschatteten. Lady L. residierte in einem hübschen großen Haus im nördlichen Teil von Dublin, während Captain Bartons Wohnung, wie wir schon sagten, im Süden lag. Die Distanz war beträchtlich, und Captain Barton kehrte gewöhnlich ohne Begleitung zu Fuß nach Hause zurück, wenn er den Abend bei der alten Dame und ihrer hübschen Schutzbefohlenen verbracht hatte. Auf diesen nächtlichen Spaziergängen führte der kürzeste Weg zum großen Teil über eine Straße, die gerade erst angelegt worden war, während von den Häusern zu beiden Seiten bisher kaum mehr als die Fundamente standen. Eines Abends, kurz nach ihrer Verlobung mit Miss Montagu, blieb er länger als gewöhnlich in ihrer Gesellschaft, und der von Lady L. das Gespräch hatte sich den Beweisen für die Wahrheit der christlichen Lehre zugewandt, die er mit dem gefühllosen Skeptizismus des eingefleischten Ungläubigen in Zweifel gezogen hatte. Die sogenannten französischen Prinzipien hatten zu jener Zeit Einzug in einem großen Teil der feinen Gesellschaft gehalten, insbesondere in jenen Teil, der sich den Wix zugehörig fühlte. Und weder die alte Lady noch ihre Schutzbefohlenen waren völlig unberreut von diesem Makel geblieben, sodass Mr. Bartons Ansichten keinen ernsthaften Hintergrund, Hinderungsgrund für die beabsichtigte Ehe darstellte. Die Diskussion war zu einer Plauderei über das Übernatürliche und Wunderbare herabgesunken. Und dabei wandte Käpt'n Barton die gleichen Argumente und den gleichen Spott an wie zuvor. Bei all dem bedarf man sagen, dass er aus voller Überzeugung sprach, die Doktrinen, die er vertrat, bildeten die Grundlage seines eigenen festen Glaubens, wenn man überhaupt von einem Glauben sprechen kann. Es ist vielleicht nicht der bedeutendste, der unbedeutendste unter den vielen seltsamen Umständen in meinem Bericht, dass das Opfer der beängstigenden Phänomene, die zu beschreiben ich mich hier anschicke, aus einer in langen Jahren gefassten Überzeugung heraus nicht im Geringsten an das glaubte, was für gewöhnlich als übernatürliche Einflüsse bezeichnet wird. Es war schon weit nach Mitternacht, als sich Mr. Barton verabschiedete und auf den einsamen Heimweg machte. Nun hatte er die verlassene Straße mit den unverendeten, zwergenhaften Mauern erreicht, welche die Fundamente der geplanten Häuserreihen zu beiden Seiten umrissen. Der Mond schien hinter Nebelschleiern, und sein schwaches Licht verlieh der Straße die Käpt'n Barton entlangschritt ein noch trostloseres Aussehen. Jene vollkommene Stille, die etwas unbeschreiblich Erregendes in sich birgt, herrschte hier und machte den Klang seiner Schritte, der allein sie durchbrach, unnatürlich laut und deutlich. So war er eine Weile gegangen, als er plötzlich andere Schritte hörte, die bedächtig hinter ihm ertönten und kaum zwei Dutzend Jahr zu entfernt zu sein schienen. Das Gefühl, verfolgt zu werden, ist stets unangenehm, besonders aber an einem einsamen Ort, und dieses Gefühl wurde in Käpt'n Barton so stark, dass er sich ruckartig umdrehte, um sich seinem Verfolger entgegenzustellen. Aber sowohl das Mondlicht ausreichte, jeden Gegenstand auf der Straße, die hinter ihm lag, zu beleuchten, war doch nicht das Geringste zu sehen. Die Schritte, die er gehört hatte, konnten nicht den Widerhall seiner eigenen gewesen sein, da nun stampfte er mit dem Fuß auf den Boden, ging rasch auf und ab, vermochte dadurch aber nicht, das leiseste Echo zu wecken. Auch wenn er keineswegs ein fantasievoller Mensch war, blieb ihm am Ende nichts anderes übrig, als die Geräusche seiner Einbildung zuzuschreiben und sie wie eine Sinnestäuschung zu behandeln. Das beruhigte ihn, und er ging weiter. Doch schon bald hörte er abermals die rätselhaften Schritte hinter sich, aber diesmal hielten sie bisweilen an oder wurden für kurze Zeit schneller, bis sie wieder einen gleichmäßigen Rhythmus fanden, als ob sie ihm zeigen wollten, dass sie keinesfalls ein Echo waren. Wie zuvor drehte sich Käpt'n Barton plötzlich um, was zum gleichen Ergebnis führte. Nichts war auf der verlassenen Straße zu sehen. Er ging an die Stelle zurück, wo die Schritte ertönt waren, um herauszufinden, was die Geräusche, die ihn so verwirrten, verursacht haben mochte. Doch seine Bemühungen waren erfolglos. Trotz seines Skeptizismus legte er sich jetzt etwas wie eine abergläubische Angst über ihn. Mit diesen ungewohnten und unangenehmen Empfindungen machte er wiederkehrt und setzte seinen Weg fort. Die unheimlichen Geräusche wiederholten sich nicht, bis er die Stelle erreicht hatte, an der er zuvor angehalten hatte und zurückgegangen war. Nun aber klangen sie abermals und beschleunigten sich hin und wieder zu einem Lauf, der den unsichtbaren Verfolger immer näher an den verängstigten Fußgänger heranzubringen drohte. Käpt'n Barton blieb erneut stehen. Die Unerklärlichkeit des Ereignisses erfüllte ihn mit vagen Unbehagen und seiner beständig wachsenden Erregung nachgebend rief er »Wer ist da?« Der Klang der eigenen Stimme hatte, wenn sie in tiefster Stille ertönt und von vollkommenem Schweigen beantwortet wird, immer etwas unangenehmes und erschreckendes an sich. Und er spürte eine Nervosität, die er zuvor nicht gekannt hatte. Die Schritte verfolgten ihn bis zum Ende der einsamen Straße und es bedurfte eines Schreck, eines starken Willens und eines trotzigen Stolzes, damit er dem Drang widerstand, loszulaufen und sie so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Erst als er seine Wohnung erreicht hatte und an seinem eigenen Kamin saß, beruhigte er sich ausreichend, um die Ereignisse noch einmal zu überdenken. Eine solche Geringfügigkeit reichte also aus, den stolzen Skeptizismus umzustoßen und den alten, einfachen Gesetzen der Natur in uns wieder Geltung zu machen. Am nächsten Morgen saß Mr. Barton bei einem späten Frühstück und dachte eher mit Neugier als mit Schaudern über die Ereignisse der vergangenen Nacht nach. So schnell verschwinden düstere Eindrücke beim freundlichen Licht des Tages, als ihm ein Brief, in der soeben vom Postboten zugestellt worden war, auf den Tisch gelegt wurde. An der Adresse dieser Nachricht war nichts Bemerkenswertes, außer dass er die Handschrift nicht erkannte. Vielleicht war sie verstellt, denn die hohlen, schmalen Buchstaben waren rückwärts geneigt. Wie man es in solchen Situationen oft beobachten kann, zögerte er das Öffnen des Briefes heraus und sah eine ganze Minute über die Handschrift nach, bevor er das Siegel erbrach. Nun las er folgende Worte in derselben Schrift. Mr. Barton, einstmaliger Käpt'n der Däufeln, wird vor Gefahr gewarnt. Es wäre klug, wenn er die Hm-Hm-Hm-Street, hier stand der Name der Straße, an der sich sein nächtliches Abenteuer eignet hatte, meidet. Wenn er weiterhin dort entlang geht, wird ihm ein Unglück zustoßen. Er möge diese Warnung ernst nehmen, denn er hat allen Grund, den Unterzeichnenden zu fürchten. Der Beobachter Käpt'n warten las diese seltsamen Zeilen immer wieder, drehte sie unter jedem Licht in jede Richtung, untersuchte das Papier, auf dem sie geschrieben waren, und betrachtete noch einmal eingehend die Handschrift. Aber er musste sich geschlagen geben und wandte seiner Aufmerksamkeit dem Siegel zu. Es war nichts als ein Wachsklecks, auf dem der zufällige Abdruck eines Daumens teilweise sichtbar war. Es gab nicht den kleinsten Hinweis, der einen Schluss auf den Verfasser zugelassen hätte. Dieser schien es gut zu meinen, doch andererseits bezeichnete er sich als jemanden, den zu fürchten Mr. Barton allen Grund haben sollte. Der Brief, sein Urheber und sein wahrer Zweck waren ein unlösbares Rätsel, und überdies eines, das auf unangenehme Weise Gedanken an das Abenteuer der letzten Nacht in ihm wach werden ließ. Vermutlich aus einem Gefühl des Stolzes heraus teilte Mr. Barton nicht einmal seiner Braut die Geschehnisse mit, die ich soeben dargelegt habe. Sie mochten unbedeutend erscheinen, aber sie hatten einen äußerst unlebsamen Einfluss auf seine Fantasie, und er scheute sich der jungen Dame gegenüber etwas zu enthüllen, dass sie möglicherweise als Anzeichen von Schwäche hätten bedeuten können. Vielleicht war der Brief nur ein Scherz, und die rätselhaften Schritte waren bloß Einbildung oder Sinnestäuschung gewesen. Obwohl die ganze Angelegenheit als unwichtig abtat, suchte sie ihn noch immer wieder hartnäckig heim, quälte ihn mit beunruhigenden Gedanken und bedrückte ihn mit unbestimmten Vorahnungen. Und es stimmte, dass er von nun an für eine beträchtliche Zeit, die in dem Brief als Ort der Gefahr bezeichnete Straße mied. Erst etwa eine Woche nach dem Erhalt des Briefes, dessen Inhalt ich oben mitgeteilt habe, geschah etwas, das Captain Barton wieder an ihn erinnerte und dem allmählichen Verblassen der unangenehmen Eindrücke, die mit ihm in Zusammenhang standen, entgegenwirkte. Nach dieser Zeitspanne kam er eines Abends aus dem Theater, das damals in der Crow Street lag, und nachdem er die Miss Montagu und Lady L in ihre Kutsche geholfen hatte, spazierte er mit einigen Bekannten in Richtung seines Zuhauses. Er verabschiedete sich von ihnen in der Nähe der Universität und ging allein weiter. Nun war es schon ein Uhr und die Straßen waren recht verlassen. Während des Spaziergangs mit dem Bekannten, von denen er sich gerade erst getrennt hatte, war er sich bisweihend schmerzig des Klangs von Schritten bewusst gewesen, die ihm zu folgen schienen. Mehrfach hatte er sich umgeschaut und das unangenehme Gefühl gehabt, von den rätselhaften Ereignissen eingeholt zu werden, die ihn vor einer Woche so sehr entsetzt hatten. Zugleich hatte er aufrichtig gehofft, einen natürlichen Grund für die Geräusche aus für nichts machen zu können. Aber die Straße war menschenleer gewesen. Als er seinen Weg allein fortsetzte, wurde er immer nervöser und unruhiger, denn nun hörte er hinter sich immer deutlicher die inzwischen so gefürchteten Geräusche. An der Mauer entlang, die den Park der Universität umschloss, folgten ihm die Schritte im gleichen Rhythmus wie die seinen. Dann wurden sie langsamer, dann für ein Dutzend Meter schneller. Mehrfach, fast nach jedem sechsten Schritt, schaute er sich um, warf einen raschen und verstorenen Blick über die Schulter. Aber niemand war, aber nie war jemand zu sehen. Der ungreifbare und unsichtbare Verfolger verunsicherte ihn auf eine Weise, die allmählich unerträglich wurde. Und als er endlich sein Zuhause erreicht hatte, waren seine Nerven so gereizt, dass er keine Ruhe fand und erst bei Tagesanbruch zu Bett ging. Er wurde durch ein Klopfen an seiner Zimmertür geweckt. Sandina trat ein und reichte ihm einige Briefe, die soeben mit dem Morgenpost gekommen waren. Einer von ihnen erregte sofort seine Aufmerksamkeit. Ein einziger Blick darauf machte ihn schlagartig wach. Er erkannte die Handschrift und las das Folgende. Kapitän Barton, Ihrem eigenen Schatten können Sie genauso wenig entkommen wie mir. Machen Sie, was Sie wollen, aber ich werde Sie so oft sehen, wie es mir beliebt. Und Sie werden mich sehen, denn ich will mich nicht verstecken, wie Sie es annehmen. Lassen Sie sich Ihre Ruhe nicht nehmen, Kapitän Barton, denn mit einem guten Gewissen haben Sie nichts zu befürchten von dem Beobachter. Es ist kaum nötig, bei den Gefühlen zu verweilen, die von der Lektüre dieser seltsamen Mitteilung erregt wurden. Es wie auf das Kapitän Barton in den folgenden Tagen ungewöhnlich geistesabwesend und gedrückt wirkte, aber niemand erriet den Grund dafür. Was immer er auch von den Phantomschriften denken mochte, die ihm folgten, so waren doch die Briefe, die er erhalten hatte, also Schritten, so waren doch die Briefe, die er erhalten hatte, keineswegs eine Illusion und es war ein mehr als seltsamer Zufall, dass sie stets kurz nach den rätselhaften Geräuschen eintrafen, die ihn heimsuchten. Die ganze Angelegenheit stand, so vermutete er vage und undeutlich mit gewissen Ereignissen aus seinem vergangenen Leben in Beziehung, an die er sich nicht gern erinnerte. Es ergab sich jedoch, dass Kapitän Barton zusätzlich zu einem Hochzeitsvorbereitung gerade jetzt wohl zum Glück für ihn von einem wichtigen und umfangreichen Prozess über einige Liegenschaften in Anspruch genommen wurde. Hektik und Aufregung seiner geschäftlichen Aktivitäten zerstreuten allmählich die Düsternis, die ihn eine Zeit lang bedrückt hatte und bald waren seine Lebensgeister zurückgekehrt. Doch während dieser ganzen Zeit wiederholten sich jene Geräusche bisweilen undeutlich, stets an einsamen Orten, sowohl tagsüber als auch nach Einbruch der Dunkelheit. Die seltsamen Eindrücke, unter denen er so gelitten hatte und die nun zurückkehrten, waren jedoch nicht seit sein matter Abglanz und oft war er unsicher, ob sie nicht vielleicht nur seiner überhitzten Fantasie zuzuschreiben waren. Eines Abends spazierte er mit einem Abgeordneten, der ein guter Bekannter von ihm und auch von mir war, zum Parlament. Dies war eine der wenigen Gelegenheiten, bei denen ich mich in Gesellschaft von Käpt'n Barton befand. Während unseres gemeinsamen Weges bemerkte ich, dass er allmählich geistesabwesend und still wurde, als ob ihm eine drängende und alles verzehrende Angst überkommen hätte. Später erfuhr ich, dass er während des gesamten Weges die wohlbekannten Schritte hinter sich gehört hatte. Allerdings war dies das letzte Mal, dass er auf diese Weise unter der Heimsuchung litt, deren verängstigtes Opfer er geworden war. Schon sehr bald sollte eine neue, andere Phase anbrechen. Ja, und welche andere Phase das ist, werdet ihr nur erfahren, wenn ihr es lest. Ich finde, alle Geschichten haben ein sehr interessantes Ende, gute Wendungen und sehr, sehr gut gewählte Settings. Da die Geschichten 1800 unterschieden sind, finde ich persönlich sie auch nochmal so ganz speziell, so richtig klassisch, horrormäßig. Es wird sehr viel Aufwand betrieben, eine Atmosphäre zu schaffen, die sehr dicht ist. Da wird nicht einfach nur ein Geist in deiner Ecke gelauert, sondern da wird die Ecke beschrieben. Die Stimmung, die Luft, die Spannung, die man fast zerschneiden kann. Deswegen eine absolute Leseempfehlung von mir. Also wirklich ein absoluter Klassiker, der nun, also die Sammlung, die nun endlich komplett so auf Deutsch erschienen ist. Absolute Leseempfehlung. Die Geschichte erschien übrigens zuerst in einer Zeitschrift, glaube ich, von, naja, egal. Aber auf jeden Fall hieß die Geschichte zuerst The Watcher und deswegen der Beobachter. Später hatte sie noch einen anderen Namen, aber den weiß ich nicht mehr auf Englisch. Aber ja, das ist übrigens die Geschichte der Plagegeist gewesen. Das ist die zweite Erzählung hier drin. Ja, also wie gesagt, wenn ihr euch mal wieder richtig gruseln wollt, vor allem jetzt so schön im Sommer, wenn die Abende so richtig lau sind und es ist in der Ferne schon gewittert und dann düsterer Regen kommt und der Himmel wirklich pechschwarz ist. Perfekte Leselektüre dafür. Für